Ok, da bin ich gespannt, wie wir das herstellen können. Respekt, also das hat die Skull Cola gegeben. Erst gehen wir gleich raus. So, jetzt gucken wir diesen komischen Snick. Wo sehen wir den denn? Hier gar nicht. Aber das Bienenhaus. Acht Kohle. Wow. Ja, wir bauen auf jeden Fall 8 Kohle. Und einen Iron Bar müssten wir glaube ich noch haben. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich guck mal. Selbst eine Iron Bar haben wir nicht mehr. Aber wir könnten schon mal Kohle sammeln gehen von daher. So. 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 Da war Kohle bei, sehr gut. 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 Und hier kommen wir nur mit der Sense durch. Das sind doch irgendwo so komische Steinblöcke. Ja, jetzt blöd, wenn das alles wäre, ehrlich gesagt. Hier haben wir noch einiges sogar. Guck mal. Guck mal da, da ist noch einiges. Ja, du hast nicht genug Power, um diesen Block wegzuschlagen, Modi. Guck mal da, da ist noch einiges. 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 Guck mal da. 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 Zum ersten Mal einen Fowler-Sound gehört. War gerade total überrascht, habe total vergessen, dass ich ihn eingestellt hatte. Aber wir kommen gut voran, ehrlich gesagt. Kann man nicht meckern für den zweiten Tag, wo ich jetzt gerade mal hier spiele. Ist das eigentlich schon eine Menge. Was wir geschaffen haben. Ich muss gucken, dass ich mir vielleicht eines dieser komischen Apparate bau, die ich eben erlernen konnte. Wie hieß das Ding nochmal? Wo ich auch noch nicht weiß, wie viel das ist, ehrlich gesagt. Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Das ist das Torch. Hier, dieser Tepper. Wobei, habe ich nicht noch zwei Copperbars? Ich gehe mal gerade gucken. Nee, eine Copperbar habe ich doch. Ich hätte aber noch ein bisschen Copper, um nochmal ein bisschen einzuschmelzen. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Und jetzt, wo das hier schmilzt, können wir schon mal ein bisschen umräumen. Ein bisschen zuordnen. Das pflanzen wir gleich draußen direkt wieder an. Und wir machen uns nochmal ein paar von diesen tollen Schokoriegeln, die wir können. Bomben machen wir uns vor, ich selber mal, wenn wir nochmal in die Mine gehen. So können wir schneller abbauen, habe ich das Gefühl. So. So, jetzt gehen wir draußen nochmal schnell anpflanzen. Ich weiß, das Feld sieht noch sehr bescheiden aus, aber das kriegen wir schon hin. Das haben wir gefälligst hinzukriegen, ehrlich gesagt. So, der ist fertig. Dann bauen wir uns jetzt so ein tolles Gestell. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das sein soll. Aber wir machen es einfach mal. Weil wir es können. Und stellen das an den... War das an den Baum, oder? Oder hängen das an den Baum? Ich weiß es gar nicht. Was, wie macht man das denn? Ah. Ah, okay. So, lassen wir mal so. Das lassen wir mal so. Da bin ich echt gespannt, ob da irgendwas runterkommt. Ob sich das lohnt. Das wäre natürlich richtig nice. Richtig nice. Richtig nice. Da kam nix raus. Hier kommen die ganzen Schmetterlinge raus. So, und jetzt müssten wir auch schon wieder pennen gehen, sehe ich gerade. Gletschen aber das hier nochmal in diese Box hier rein. So. Jetzt bin ich gespannt. Ob da irgendwas in dieser Box zustande kam, kommt, wie auch immer. Ja, der Stein hat mir irgendwie nix gebracht. Aber das Holz. Jetzt heißt es natürlich wieder munter gießen. Ja, okay, die können wir alle einsammeln. Das ist schon mal gut. Also, pass auf, dann gießen wir das jetzt schnell hier. Die brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir nur. So, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir mal kurz da vorne gucken. Und das hier sollte langsamer wachsen. Was ist denn hier los mit dir, das Sling? So, das Slinge gossen, oh nicht schlecht. Oh, das hier geht los. Oh, das ist einfach krank. So, jetztвед rápido. Und endlich machen immer weiter. So, jetzt kommt das Slinge. So, jetzt lasst. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sehr gut, das sieht gut aus Ich komme jetzt auch langsam Richtung Er hat es fast geschafft, würde ich mal sagen War so klar, dass da hinten jetzt irgendwie wieder liegen bleibt Das ist so Wahnsinn Das ist so Wahnsinn Das ist so Wahnsinn Bis jetzt kann ich echt sagen, ich habe wirklich mit Schweiß und Blut das alles hier mit der alten Axt gemacht Das ist so Wahnsinn Ach, hätte ich mal weiter ratschen können Oh, mir geht langsam meine Stimme Guck' ich da hier so lang? Jawohl Klatsch für den Baum noch Dann würde ich sagen, liebe Freunde Machen wir an dieser Stelle einfach einen Cut Kommen wir an dieser Stelle auch den Stream beenden Ich weiß nicht, ob ich später vielleicht nochmal streamen werde oder einfach nur zocken, ich weiß es nicht Aber heute dachte ich mir einfach kommen Lass mal mitlaufen So, dann alles in die Box rein Hier können wir noch diese schöne Protein Hier können wir noch diese schöne Proteinriegel erstellen Sechs Stück Sechs Stück An dieser Stelle An dieser Stelle werde ich jetzt safen gehen Darf ich bei euch auf jeden Fall zu mal fürs Zuschauen Ihr wisst ja Bescheid Ihr wisst ja Bescheid, warum weshalb ich so unregelmäßig streame bzw. selten streame Und warum auch hier die Aufnahmen so unregelmäßig kommen und in ungewohnter Reihenfolge was weiß ich nicht was Aber Ja, da will ich noch nicht weiter darüber sprechen mehr Ihr wisst Bescheid, da habe ich ein paar Mal drauf angesprochen Ich sage einfach, Dankeschön fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und mal gucken, wann es sein wird Bis dahin Haut rein Tschüldü